willkommen zu mark of the ninja remastered ist glaube ich 2018 in der remastered version erschienen ich kenne die alte noch nicht man muss sich gestehen ist gerade käuflich erwerblich bei steam für krumme summe ich glaube 8 39 das kann man sich mal so gönnen und ja das werden wir jetzt mal spielen und mal gucken was uns da so erwartet ich kann mir da noch gar nichts darunter vorstellen so verwirrt drücke um die karte zu öffnen ok angst ist da eine waffe das leder einfach zu schnell so das ist hier unser ninja wir springen hier können wir ein paar komfu tritte machen hier können wir noch nichts machen hier da jetzt die karte genau da ist x folgt aura hier dann folgen wir mal aura klare cyborg jetzt haben wir b gedrückt und haben uns erst mal versteckt um den cyborg zu entkommen so kann man sich auch verstecken was natürlich sehr ungeschickt ist das müssen wir gleich mal testen hier sind ja lampen alles klar wo gerade sagen da kommt der nächste kommen sogar zwei hat es sind gar keine cyborgs sie sehen nur so aus das sind halt irgendwelche cops mit einer sehr massiven uniform sehr gut laufen ist xbox tastisch stand eben suche nach ventile so jetzt sind wir hier unterirdisch hier müssen wir uns hinstellen der kletterhaken ermöglicht es dir an den haltepunkten einzuhacken indem du rb drückst ok hoch super ich glaube wir gehen mal hier rüber h ist wand besteigen x ist angreifen y und b ok ich hoffe ich wurde nicht gesehen aber bis jetzt ist ja noch alles ziemlich dunkel ich muss sagen also mir macht das schon spaß war es nicht verkehrt das schwert von tetsuji die leute von hinsos kla die jesomo clan behalten ihre schwerter in der scheide bis sie mir nur einem schlag töten können dieses relikt des clangründers wurde über hundert von jahren aufrechterhalten ok gut zu wissen gut zu wissen ok körper müssen auch verstecken das finde ich finde ich sogar sehr gut weil das ist ja realistisch auch auch so b normale pfeile aus bambus gut geeignet zum zerbrechen von ding und ablenken und ablenken von personen feinden können sie aber nichts anhaben ziele auf eins davon ziele auf das andere ziele auf das andere ok also zielen und dann loslassen das sollten wir hinbekommen woher ist abgelenkt ja die lampe ist kaputt mein lieber entdeckt ja das war wieder nicht so schlau von mir ich gebe es ja zu aber ich sehe den typen auch nicht mehr sehr gut ich sehe die haben oder ich sehe dass ich w Oh, ich glaube ich... Oh, hat er mich jetzt doch erschossen? Das ist ein Ding. Habe ich es nicht geschafft. Ja, super. Nee, äh... Ja, ich komme ja schon. Ich glaube, sie hat so ein bisschen eilig. Sie hat überhaupt gar keine Geduld. Oh, ist natürlich, äh... Ein bisschen doof hier. Ah, zielen. Ja, hier auf dem Dach ist es auch schön. Wir haben ein Artefakt gefunden. Tja... Jetzt sind ja schon zwei. Und wir dürfen ja nicht entdeckt werden. Hey. Oh, wir haben den uns hier entdeckt. Was denn das für ein Blödsinn? Hat doch gar nichts gemacht. Mitch, versteck dich doch dahinter. Kann auch sein, dass wir hier wieder falsch laufen. So, wir können jetzt hier hoch. Ach, hier ist ja eine Tür. Ich blödmann. Da kann ich sie doch umgehen, die... Wachmänner. Äh, ja. So ähnlich. Die Securities. Die Securities. okay das ist mir zwar gelungen aber so selber wenn ich es jetzt so spiele was wahrscheinlich mehr zufallstreffer das nenne ich doch mal gut gelöst die wollen wir nicht verstecken ich glaube hier kommt sonst so keiner lang so tür auf dann ziehen wir mal lassen los geht das denn jetzt nicht ich ziele doch hier an drücke y das los ist geschützt okay sie meint ja ich soll einen anderen weg suchen vielleicht kann ich ihn ablenken das sieht ganz so danach aus sehr gut was ist so was ist so hier 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 Okay, das haben wir. So, der dürfte uns Michael jetzt auch nicht gesehen haben. Jupp mir doch gleich das Auge. Äh, okay. Stimme da, Simon, in jedem Level, in jedem Level gibt es drei Rollen, die die Geschichte des Clans erzählen. Wenn du diese findest, erzählst du, erhältst du, die zwischen den Levels für Upgrades verwendet werden können. Ja, das war's. Komplett. Okay, das ist das Gute. Okay, wir können erst mal da gucken. Dann können wir sie öffnen. Und dann können wir... Und dann können wir hier wieder raus. Genau. Oh, jetzt lenken wir eben nochmal ein bisschen ab. Jetzt guckt er da hin. Und wir verkrümeln uns hier. Nee, funktioniert nicht. Aber egal. Hätte ja klappen können. Ich bin sicher, dass nichts hier ist. Ja, los, äh, entweder ihr schießt mich da runter oder ihr entdeckt mich nicht. Ihr habt mich nicht gesehen. Sehr schön. Super. So, der wird ja wohl nicht hinterherlaufen. Hilfe der Karte kannst du da an die Ziele finden. Drücke, ähm, was ist nur so überhaupt? Back, okay. Back, um jetzt die Karte anzusehen. Drücke Back, um die Karte zu öffnen. So, okay. Stimme, Hiroshima, Karte, Zoom. So, kann man zoomen. Super. B geht's weiter. Ist gar nicht so schlecht gemacht, muss ich sagen. So, jetzt fahren wir hier runter und gucken erst mal. Oh, das ist ein Ninja. Hm. Das war nicht so clever von mir. Okay. So, Karte, genau. Wo haben wir ja geguckt. Tja, da hängen wir jetzt wie Spider-Man an der Decke. Häh. Häh. höh genau so jetzt befreien wir erstmal hier unseren freund halte b bis die entriegelung abgeschlossen ist super jetzt gucken wir mal dass wir hier irgendwie abhauen können ja 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 Kampfsport. Komm her, du Gra... Pfeife. Okay, da können wir ran. Ich glaube, wir gehen ruhig mal hier oben lang. Okay, da ist wieder einer, der uns entdecken könnte. Warte mal, hast du etwas gehört? Was? Knotenplatt. Das habe ich doch richtig ninjamäßig gut gemacht. Oh. Die falschen Leute, um zu töten, Sensei. Es war Zeit, für den alten Mann zu entfernen, Freunde. So, jetzt hier Ruhe. So, Sensei wird erst mal befreit. Ich kann doch keinen alten Mann hier liegen lassen. Heftig, ey. Die haben ja einen am Balken. Oh, er hat uns vernannt. 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 Er hat die erste Mark. Er wird die Klan auf einem schrecklichen Kosten verhindern. Nicht schlecht. Oh. Das hat aber reingeknallt, arcade-mäßig. Tinte, Träume, Räume, Siegel. Nächstes Spiel. Nächstes Spiel. Tinte.